Herzlich Willkommen zurück zu Engineers mit dem Gorobai. Hallo Nephias. Dachte jetzt komm. Ich mach mir mal ein bisschen Marble Fresh hier. Ich sage unsere Enderdinger. 0% natürlich. Unsere Enderdinger. Enderdinger. Junge. 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 Und dann gucke ich mir mal ein Plätzchen aus, wo ich jetzt diese Tierfarben besser hinpacken kann. Kleines Plätzchen. Wir können es natürlich auch oben ins Haus packen. Weißt du, jetzt haben wir die zweite Etage, aber machen damit nichts. Wieso? Hier steht noch nichts drin. Ne und? Ja. Findest du das irgendwie? Ich kann hier halt die Tierfarben hinpacken. Oben. Dann nicht. Ne, ich frag nochmal. Oben? Ja, oben. Nein. Nein. Oben? Ja, oben. Nein. Das will ich nicht. Nein, Nephius. Nein. Ganz einfach. Nein. Ist nicht erlaubt. Nicht. Warum nicht? Darfst du nicht. Alter, die ganzen Kirschblüten hier, ne? Geil, ne? Nein. Nein. Ganz einfach. Nein. Nehmen wir mal was anderes aus als braun. Das ist doch super. Geil. Woo! Woo! Oh. Hashtag läuft. Das sind so Türen, wenn das gut genug geputzt ist, machst du so. Oh, machst du den bitte da oben hin? Den? Den Block, den du aufgesammelt hast. Warum machst du anderes Holz? Achso, du hast mal Absicht mit dem Holz. Ja. Das ist so ein kleiner Eyecatcher. Okay. Oh, der Baum ist ein bisschen ausgerastet. Hast du jetzt mit der Hackscap gebaut? Ja. Warum? Achso, ich dachte, du wolltest die Blätter abbauen. Achso, nee. So doof bin ich auch nicht. Bin zwar doof, aber so doof. Also das hättest du besser wissen müssen, Defi. Kür hört man trotzdem Muffler. Was ist da los? Der Muffler versagt. Oder hast du den abgebaut? Dann hab ich abgebaut. Wenn du das sagst. Dann hört die Schärfe. Hab ich nicht. Wenn nicht, dann ist der kaputt. Oh, fuck. Ich sterbe gleich wieder. Au. Der Muffler kann nicht kaputt sein. Was machen wir mit euch? Wir haben uns hier so eine doofe Insel ausgesucht, wo so wenig Platz ist. Nein, in die Richtung hier eigentlich nicht. Stimmt schon. Spricht ja nichts dagegen, dass die Tiere outgesourced werden. Outgesourced. Und dann können wir immer noch einen Chunklo da hinstellen. Wenn es nötig sein sollte. Das einzige Dumme an dem normalen Glas ist, dass wenn man sich verbaut, dann hat man sich verbaut. Wenn du dich verbaut hast, hast du dich verbaut. Wuhu. Ich rede einfach nicht mehr mit ihm. Oh, ich hab was tolles gemacht. Was hast du gemacht? Nix. Du wirst deinen Spaß haben. Oh nein. Ich mach jetzt erstmal die fucking Magnum-Torch. Ich will hier fünf Sachen gleichzeitig machen. So, jetzt machen wir die Magnum-Torch. Ach nee, die Pumpkins wissen erst mal. Sind die denn schon? Nee. Ist der Chunk vielleicht nicht aktiviert? Ja, wir sind doch hier die ganze Zeit. Das geht schon. Okay, dann sind die Portale. Das Nether-Portal kann eigentlich versetzt werden, oder? In der Overworld? Ja. Ja. Versetzen wir das mal. Dann packen wir das mal bei Honeyfu mit in die Dinger hier rein, ne? Ich weiß aber nicht, ob du erst schon eins gebaut haben musst, damit das funktioniert. Weißt du? Das wär ja kein Problem. Kann ich auch machen. Kein Problem. Da. Und ein Feuerzeug. Haben wir immer noch ein Feuerzeug. Da haben wir ein Feuerzeug. Sehr gut. Dann bauen wir hier mal eins hin. Ich hoffe, Honeyfu hat da nichts gegen. Da hat sie nichts gegen. Da hat sie nichts gegen zu haben. Da hat sie nichts gegen zu haben, ganz genau. Könnt sich mal nach uns an Regeln hier. Aber dann sollte ich das Nether-Portal doch in die Mitte packen, oder? Damit es wenigstens gut aussieht. Wahrscheinlich. Ach, du hast die Dinger hier hingemacht. Ja, kommst du gut hoch jetzt mit. Ja. Und für die auch doppelt so viel Leben. Das klingt nach einem persönlichen Problem. Du und deine persönlichen Probleme, oder? Ja. Mach ruhig weiter so, dann haben wir beide mal ein persönliches Problem. Ach, Leute. Gefuscht hat sie. Gefuscht. Gefuscht am Bau. Gefuscht hat die Honeyfu. So ist sie. So ist sie. Wir kriegen alles raus. Was? Wir kriegen alles raus, ey. Ganz genau. Wir kriegen alles raus, Honey. Du bist die Nächste. Auf unserer Liste. Auf unserer schwarzen Liste. Was steht wer falsch? Du stehst falsch. Im Bau. Bearbeiten auf eigene Gefahr. Ach, nee. Da steht betreten. Bearbeiten auf eigene Gefahr. Ist ja zu fallen aktiviert hier drin. Ja. Dann geht der Boden weg. Oh, ich bin durch das Portal gegangen. Entschuldigung. Lava Welt. Ich war gerade mal überlegen, in welche Welt ist er jetzt wohl reingefallen? Lava Welt. Dahinten ist ja Gras. Ja, ich habe auch gesehen. Ich denke so, hm. Irgendwie falsch. Wie ist der da? Wieso spaw nicht bei uns im Haus? Weil ich da das Buch platziert habe. Also das Buch gesetzt hatte damals. Ich will auch hier rein. Jetzt hast du den Block weggepackt. Ist das dein Ernst? Was? Ah, jetzt habe ich ihn wieder. Okay. Wir müssen hier gerade in die Flinte gelaufen, als ich das Buch, äh, den Block setzen wollte. Und dann war der Block. Wow, ich werde hier halt angegriffen. Was ist denn hier los? Was ist denn da? Monster. Ja, hier ist halt, äh, Party. Ja, und? Hier wäre eine Magnum-Torch auch ganz geil. Wo bist du? Was? Ist er abgehauen? Teleportiert. Ist wieder nach Hause gegangen? Wo kannst du sagen, ich setze sie... Ach, guck mal, da hinten ist auch eine Kuh. So ein Scheiß. Und ein Schaf. Geh. Nein, ne, wir gehen nicht. Ich bin auch wieder da. Sollen wir uns mal kurz hinlegen noch? Oh. Ich war jetzt kurz am überlegen, ob ich ins Portal gehe und mich über das Buch zurückteleportiere. Ist ja schneller gegangen. Nächstes Mal warte ich noch mal so fünf... So fünf Sekunden länger noch. Damit du richtig in Gänge gekommen bist. Können wir uns, ähm... Was? Nix. Können? Können wir... Oh, ich hab den Schlafpack. So, warte. Warte. Ah. Ach, nicht wie ich sah. Ist schon wieder so weit? Nee. Dachtest du schon? War kurz in Panik. Heute eine extra kurze Folge. Dafür doppelt so viel Werbung. Ich überlege gerade, Günther hier hinzusetzen, damit er mir den Obsidian-Block abbaut. Also du... Das geht schneller. Er braucht nur einen Schlag. Er braucht nur einen Schlag. Aber du brauchst mehr als 15 Sekunden, äh... Um Günther zu holen. Okay, wenn ich jetzt sage, er soll viermal eins abbauen. Dann baut er mir das Portal ab. Du kannst doch einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen und das selber machen. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Portal. Nicht, dass es hier wieder steht, sobald ich aus der Hölle rauskomme. Eigentlich nicht. Eigentlich kannst du es in der Overworld immer ändern. Das einzige, was du halt nicht darfst, ist das Portal im Nether wegmachen. Was passiert dann? Dann machst du nämlich ein neues Portal. Dass daneben steht, oder ne? Genau. Den scheiß eigentlich auskriegen. Naja, die Overworld... Ist ja im Prinzip nicht... Also, die ist kleiner als die... Als das... Als... Ne, der Nether ist kleiner als die Overworld. Der Nether ist kleiner als die Overworld. Weil wenn du acht Schritte im Nether gehst, bist du... Tausend Schritte in der Overworld gegangen. Ja. Wieso war das, ne? Deswegen, wenn man auf eine große Reise geht, sollte man das auch lieber im Nether tun. Sondern halt nur Obsidian mithaben, damit man sich ein neues Portal baut. Oh. Was? Man sollst hier das Portal ne Wand machen, sonst kann man da so durchhüpfen. Aber das macht Hattifu schon. Ach du großer Mann. Was los? Ne, ich bin in... Ne, hier stand so ein Pigman auf einmal. Mann, krasser Lenk. Ja, wir sind... Ja, ich... Der hat bestimmt ein neues Portal erstellt. Warte. Ne, hier bei uns steht keins. Ja, ich komm im richtigen raus. Okay, gut. Und ne Melone haben wir jetzt. Ah, geil. Pumpkins machen also Melonen. Oh, hier grillt einer. Boah, ey. Wie jeden Tag, wenn das Wetter warm ist. Wie jeden Tag, wenn es warm ist, ey. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Leute nicht. Ich hab auch gegrillt. Was? Heute? Ja. Ne, Fias. Und warum hab ich kein Bild davon gekriegt? Weil... Baum? Ja. Ne, Fias, ich verbiete mir diesen Umgang. Mit meiner teuer... Mit meiner teuer erkauften Freundschaft. Teuer erkauften Freundschaft. Das ist cool. Wenn der Stab leer ist, einfach mal reinlegen. Dann ist er nach zwei Sekunden wieder voll. So. Listering Melon. Geiler Scheiß. So, dann nehm ich mir jetzt ein paar Wasserpullen. Und mache diesmal zwei Tränke. Ja. Hast ja das erste Mal Tränke gemacht letztes Mal. Und dafür gar nicht so schlecht. Tausendmal falsch gemacht. Aber sonst war alles okay. Boah, dass das hier nicht... Dass das hier nicht hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Haben wir noch normales Glas irgendwo? Unten. Beim Ofen. Glasklaschen machte man doch so, ne? Ja, mein Dreiglas. Wie ein Eimer. Stimmt. Ich sag ja, lass dir das von einem echten Profi zeigen. In der Sekunde verbaut er sich zweimal. Nein, ich habe meinen Wecker ausgemacht. Den Wecker, den du früher auch mal gestellt hast, wenn wir, wenn wir, äh, genau an die Zeit anhalten mussten. Ne, den nicht. Boah, das waren noch Tage, ne? Gut, dass die vorbei sind. Im Endeffekt mit mir haben sie nie aufgehört. Ich sag auch immer so, nach einer Viertelstunde ungefähr, jetzt war's das. Kann man auch falsch verstehen. Na und, eine Viertelstunde muss auch reichen dafür. Und das sollte man falsch verstehen. Ach, wieso stacken sich Glaslaschen nicht, wenn sie voll sind? Das ist so Bananen. Ist überall das gleiche drin, aber sie stacken sich nicht. Ich bin gespannt. Guck mir nicht dabei zu, dann kann ich nicht. Mag'num Doge. Ach du Scheiße. Da brauchten wir ja auch noch ohne Ende die Astür. Ach ja. Stimmt. Jetzt, wo du's sagst. Günther! Und Gastränen. Ach, wie lohnt der Gott. Wo grillen die Leute denn? In Minecraft. Kann man grillen in Minecraft? Das wär's ja. Waterbottle. Netherwarzen. Okay. Wett für Wärzen! Nitabats. Netherwarzen. Nitab- Nifiaswarzen. So Leute. Das Gewächshaus, es nimmt langsam Form an. Ich weiß auch nicht, warum ich mich dazu hinreißen lassen Ein gewetztes Haus zu bauen Sieht vielleicht auch ein bisschen scheiß aus Wie konnte ich jetzt Man kann nur zwei machen, nicht drei Tränke Du kannst nur Was? Also wenn ich jetzt eine Nesawadze reinlege Kann ich nur zwei Tränke machen damit Dann kannst du ganze drei Tränke damit machen Also drei Damit ist auch drei Wie konnte man jetzt nochmal die Die Achso Ja, was? Ist egal Ist egal, sagt er Ist egal So, jetzt brauche ich eine Achso, das Ähm Das wird ein Awkward Potion So Brauche ich Die Gasträne Okay Gubay auf seiner Wolke Guck mal Leute, ich kann hier runterspringen Es könnte auch böse ins Auge gehen Es könnte auch böse ins Auge gehen Es könnte auch böse ins Auge Es geht ins Auge Gibt's noch? Ah, fuck Ich hab keine Gasträne mehr Weil ich die vorhin fürs Reusable benutze Ach, Nephi Dann erst doch Dann doch erst nächste Folge Bede Dann doch erst in nächster Folge, Leute Bis dahin Tschau 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 Tschau